Kennst du das? Manchmal hast du das Gefühl, du brauchst Erdung, aber du hast keine Möglichkeit in den Wald zu gehen, weil du gerade der Stadt bist oder was auch immer. Und dazu gibt es Sound of the River. Das ist eine Frequenz, die eine Energie gibt, die eine Erdung gibt und dich kalibriert, dein ganzes System wieder kalibriert. Das Ganze ist ein Abenteuer, welches eine Wanderung durch den Wald ist und während du in den Wald hineingehst, kommt ein kleiner Bach und dieser Bach fließt die ganze Zeit entlang, zumindest nicht die ganze Zeit. Im Hintergrund läuft eine Frequenz, die von 12 Hertz, also vom Wachzustand in 8 Hertz, also Anfang tief, also nicht tiefschlaf, sondern Anfang schlaf, dich hineinführt. Und im Hintergrund läuft eine Rampe von 928 Hertz auf 3000 Hertz und das ist eine Gamma-Kombination, die dir Energie gibt, die dich gleichzeitig erdet und dir sozusagen ein Erdungssystem verschafft. Danach fühlst du dich wieder komplett klar und komplett mit Energie gefüllt und geerdet. Also wenn du einen Energiekick brauchst, wenn du einen meditativen Zustand erleben willst, wenn du Erdung brauchst, dann erlebe diese Waldwanderung und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da für Erfahrungen machen kannst. Zusätzlich ist in dieser Technologiekombination die Möglichkeit, dass du eine außersöhnliche Wahrnehmung bekommst, dass du Bilder bekommst. Also lass dich einfach überraschen, was dich da erwartet. In der Sinne viel Spaß mit der Sound of the River. Du kannst die Datei entweder in größeren Formate in höherer Qualität im Brainwave 3D Shop runterladen oder du kannst sie in unserer App nutzen mit allen anderen Frequenzen. In dem Sinne viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video.